Robert G. Heuland ist ein Historiker. Heuland studierte an der Universität Oxford und wurde 1994 promoviert. Er hat sich auf die Geschichte des Vorderen Orients in der Spätantike und im Frühmittelalter spezialisiert. Mit dem Schwerpunkt Geschichte des frühen Islam. Er hat an der Universität St. Andreefs und in Oxford gelehrt, bevor er eine Professur an der Universität New York angenommen hat. Dort lehrt er zurzeit als Professor of Late Antique and Early Islamic Middle Eastern History. Heuland gilt als Experte für die spätantike Geschichte im Vorderen Orient und den Übergang zur frühislamischen Zeit. Er befasst sich unter anderem mit den wechselseitigen Beziehungen zwischen Christen, Juden und Muslimen sowie dem Wissenstransfer von der Antiken in die frühislamische Welt. Sein 1997 publiziertes Werk »Seeing Islam as a.s.s.a.w.« gilt inzwischen als Standardwerk, in dem alle relevanten nicht-islamischen Fällen zur frühislamischen Zeit aufgeführt und zusammenfassend analysiert worden sind. 2011 hat er eine umfassende Untersuchung zum verlorenen Geschichtswert des Theophilus von Edessa vorgelegt, einschließlich einer englischen Übersetzung der möglichen Fragmente. 2015 erschien ein neues Überblickswerk zu den arabischen Eroberungen im 7. und 8. Jahrhundert. Publikationen »Seeing Islam as a.s.a.s.a.w.« »A Surveyor and Analysis of the Christian, Jewish and Zoroastrian Writings on Islam« Princeton 1997 »Arabia and the Arabs from the Brosse A.G.E.T.A. – The Coming of Islam« »London, New York« 2001 »Muslims and Us in Early Islamic Society« »Aldershot 2004« »Islamic Reflections and Arabic Musings« »Oaksford 2004« »From Hellenism to Islam« »Cultural and Linguistic Change in the Roman Near East« »Cambridge, New York« 2009 »Theophilus of Edessa's Chronicle and the Circulation of Historical Knowledge in Late Antiquity and Early Islam« »Liverpool 2011« »In God's Path« »The Arab Conquests and the Creation of an Islamic Appear« »Oaksford 2015« Untertitelung des ZDF, 2020